Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, und zwar kommen wir heute nochmal zum Giveaway und zwar schon wieder zum ganz, ganz Neuem. Ähm, ich will gleich dazu was sagen und jetzt noch eine kurze Vorinfo. Ähm, gegen Ende des Videos werde ich dann noch natürlich, ups, die alten Giveaway-Winner verkündigen. Ähm, zwar waren das ja 6 Stunden. Und, ja, dazu werde ich dann auch noch kurz was sagen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem hier. Und zwar kann jetzt jeder, ähm, oder sind eben 9x25 iTunes Giftkarten zu gewinnen. Zusätzlich kann man 5 Skype-Anrufe gewinnen mit Kotzen und so. Ähm, wenn es was für euch ist, dann nehmt auf jeden Fall teil. Das ist eigentlich ganz einfach. Link einfach in der Beschreibung anklicken. Dann zum Beispiel mit Facebook anmelden. Ihr könnt euch auch mit der E-Mail oder Twitter anmelden. Das ist eigentlich kein Problem. Und dann kommt hier auf so eine Seite. Ähm, hier steht dann alles nochmal drin. Das ist natürlich meine Gewinnchance. Und, ja, in 13 Tagen läuft das Ganze ab. Wenn ihr Bock habt, dann macht auf jeden Fall mit. Link ist, wie gesagt, in der Beschreibung. Das machen auch brutal viele YouTuber mit. Also, das ist das größte Giveaway, das ich, ja, bei dem ich jemals mitgemacht habe. Und, ja, mal gucken. Falls euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann machen wir natürlich auch in Zukunft mehrere. Und, ja, jetzt kommen wir noch schnell zum alten Giveaway-Gewinnern. So, und zwar waren das sechs Stück. Zum einen hat Juri Jonins gewonnen aus, weiß ich nicht. Dann André Neuberger. Ach, nicht schon wieder. André Neuberger aus Deutschland. Dann Luis Meierhofer auch aus Deutschland. Martin Sauer auch aus Deutschland. Fabio von Seca aus Brasilien. Und, dann noch ein Deutscher. Und zwar ist es der Modai FCB. Und, ja, ihr alle werdet eben per E-Mail benachrichtigt. Den Code packe ich euch direkt auch noch dann eben in die E-Mail rein. Falls ihr euch in zwei Wochen nicht melden solltet, dann, ja, versuche ich es einfach nochmal. Und wenn nicht, werden die Codes einfach nochmal neu. Ja, wird ein neuer Gewinner nochmal gesucht. Oder wird das Geld einfach ins nächste Giveaway reingepackt. So, das war es jetzt für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eben Bock habt auf weitere Giveaways, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Ja, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Sorry nochmal, dass gestern kein Video kam. Ich war eigentlich das ganze Wochenende ziemlich verplant. Auf jeden Fall kommt dann am Mittwoch um 17.30 Uhr das nächste Video. Und, ja, so, haut rein und bis zum nächsten Mal.